Ich bin Ram und heute spiele ich ein 1 vs. 1 Ranked Game, habe mich für Undead entschieden Und mein Gegner spielt ebenfalls Undead Wir treffen auf der Map Echo Island aufeinander Ja und jetzt muss ich mal gucken, ihr wisst ja bescheid, ich spiele in letzter Zeit sehr gerne mit Undead eine Fast Axe Mal gucken Ich bin mir auch absolut noch nicht sicher, welchen Helden ich zuerst spiele Sehr gut im Undead Mirror halt, ja der Lich oder halt auch der Gruftlord Und Death Knight spiele ich eigentlich, ja in letzter Zeit zumindest eher selten im Undead Mirror Mal gucken, bisschen Zeit habe ich ja noch So, auch nicht die beste Bild, oder? Ich beuge mich eurem Willen Ich teste da ja immer mal wieder so ein bisschen Aber da kam der Held doch ein wenig verzögert Es ist mehr Gold erforderlich Ich wünsche nur zu dienen Ja auf jeden Fall erstmal Gule Die Beschwörung ist am Anschluss Aha, Licht braucht noch ein bisschen Aber gut, dafür habe ich dann gleich schon ordentlich Gule zum Creepen So, ich habe mich Nersol verschworen Und wir haben den Reif des Adels Ich habe mich Nersol verschworen Begrüßt die Kälte Euch stets zu dienen Direkt runter zur Echse Akronyten mitschicken Und dann wirklich instant expandieren Ich habe mich Nersol verschworen Mein Leben für Nersol Euch stets zu dienen Leitet mich Das ist auch wirklich ein sehr gutes Item für den Licht So, bis jetzt sieht es ja gut aus Klar, Ziggurat kommt jetzt ziemlich spät Ich kann erstmal keine Einheiten nachbauen Aber dann bauen wir doch schon mal den Friedhof Ah, und der Gegner versucht es auch Ich habe mich Nersol verschworen Und er spielt den Grupp dort Euch stets zu dienen Begrüßt das Ende Das ist jetzt im Early Wow Wow, 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 wow Da muss ich aufpassen Ich habe keine Teleport mehr dabei Äh, was wollte ich sagen Ach ja, ist jetzt im Early vielleicht ein bisschen stärker Lässt später dann aber nach Spätestens wenn ich Destroyer habe Ja, ist doch klar, dass er jetzt rummacht Aber er scheint nicht allzu viel zu haben So Und jetzt kann ich schon mal den ersten Tower richtig ausbauen Okay, jetzt bringt er die ganze Gule aus dem Holz Boah Das sind aber doch einige jetzt Aber ich habe ja auch ganz gut Gule So, immer mal ein paar neue schicken Und immer noch wegen Surround aufpassen Wo der nächste Tower ist durch Jetzt sollte es safe sein Auch wenn er hier ganz gut micro-feest aussieht Ich wünsche nur zu dienen Ich habe nicht mehr so verschworen Ich habe nicht mehr so verschworen Ich schlittere euch Jawohl Okay Meine extra save Seine down Jetzt brauche ich eine zweite Gruft Und sogar mal eiskalt noch eine dritte Wo soll mein Blutverlust Zu meinen Kleinen Euer Befehl So sieht jetzt alles ein bisschen crazy aus Leitet mich Das Teleport mitnehmen Euch stets zu Diensten Second Hero Death Knight Ich habe mich Nersol verschworen Ich geheuer mit vor dir Ein Slothorus Ich habe mich Nersol verschworen Leitet mich Eiskalt Eiskalt Und ich gehe wieder auf die Sache Forschung abgeschlossen Die Beschwörung ist abgeschlossen Und jetzt werden Maskargoels gespielt Ein Nachmitteln habe ich verloren Muss ich jetzt mal nachbauen Und schnell Ziggurats Ich bin ja jetzt bei 50 so klein angelangt Ah das sah gut aus Da ist was Jawohl Mal schön den Death Knight fokussen Ich habe mich Nersol verschworen Ich habe mich Nersol verschworen Leitet mich Zack Hat sich dann Manatrank schon ausgezahlt Euer Befehl Die Beschwörung ist abgeschlossen Die Beschwörung ist abgeschlossen Die Dunkelheit Ich zerschmittere euch Und das sind hohe Kosten für ihn Der Berserker Der Berserker kostet einiges Ich habe mich Nersol verschworen Mal weiter auf Tier 3 Der Snipe muss jetzt noch ein bisschen aufpassen Will ich auch Keinen Mahner mehr Ne ich gehe mal schriften So Gargoels habe ich extra hinten gelassen Ich wollte ihm noch nicht zeigen Dass ich auf Masse R gehe Also nicht wundern Euch stets zu Diensten Durch euer Wort So Dann wird er sich bestimmt ganz schön verjagen Wenn ich da gleich mit so vielen Gags auftauche Allzu viele Fiends hat er ja nicht jagt Ich halte mich Nersol verschworen Tod und Teufel Ich zerschmittere euch Euer Befehl Meine Rache gehört euch Die Beschwörung ist abgeschlossen Leitet mich Euch stets zu Meine Geduld ist der Schöpf Halten halt nicht wirklich viel aus Die Gargoels Aber in einer richtig großen Menge Da sind die auch richtig stark Man braucht halt wirklich sehr viele Leitet mich Und dann schon mit dem Fokus Feier Meine Geduld ist der Schade Oben kommt er Immer schön die Minimap am Auge behalten Ich würde gerne wissen Was er jetzt gedacht hat Euer Befehl Euer Befehl Begrüßt das Ende Ich habe mich Nersol verschworen Wollen wir noch ein schreckendes Lord Begrüßt mich Euch stets zu Diensten Close of Attack Euch stets zu Diensten So Sieht schon sehr sehr gut aus Meine eine Gruft hat er zwar klein gekriegt Aber ich habe ja Zum Glück drei gebaut Ich habe mich Nersol verschworen Es ist mehr Gold Ich will hier Für den Nichtkönig Leitet mich Euch stets zu Diensten Durch euer Wort Tod und Teufel Ich bin mittlerweile auch schon bei 75 Supply Ach hier Ach hier Der eine steht Hat immer noch dumm rum Den hatte ich doch Von irgendwie rausgepult Was Statt Ich habe nicht Nersol verschworen Tod und Teufel Durch euer Wort Mal ob er den Krieg noch da gelassen hat Yep Können wir den auch nochmal schnell mitnehmen Ah Frenzigen Rul upgrade Ganz ganz wichtig Das macht man ein Schreckenswort Ich habe mich auch schon Auch in der Schmerz Ich muss die Items erstmal verziehen lassen Na Geduld ist der Chef Keine Zeit jetzt Er hat schnell viele Fiends nachgebaut Wie es aussieht Aber bereits Stufe 5 Für mein Licht Fokus auf den Ghoul Äh auf den Licht Ja und da kommt das GG Ist halt wirklich sehr sehr schwer Wenn man am Anfang versucht zu expandieren Diese nicht durchbekommt Und der Gegner schafft Hat man schon einen immensen Nachteil Und ja Für mich lief es richtig gut Und ich hoffe das Game hat euch gefallen Und wenn ja Würde ich mich wie immer Über einen Daumen nach oben Einen netten Kommentar Oder wenn ihr nur nicht habt Natürlich auch über ein Abo Sehr freuen In diesem Sinne Bis zum nächsten Game Euer Ram